Musik Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste vom Schweizerhof. Wir freuen uns riesig, zusammen mit unserem ganzen Schweizerhof-Team, unserer eingeschworenen Schweizerhof-Familie, dass wir ab dem 11. Mai, Montag 11. Mai, Sie, Ihre Bekannten, Ihre Freunde und ein Haufen andere Gäste wieder bei uns begrüssen dürfen. Wir freuen uns darauf, Sie mit vielen Köstlichkeiten zu verwöhnen im Schweizerhof, auch wenn gewisse neue Regeln, was Abstände usw. angeht, werden gelten. In diesem Sinne, seien Sie herzlich willkommen und, wie gesagt, bleiben Sie auch weiterhin gesund. Liebe Gäste, es ist soweit. Wir können alle unsere F&B-Outlets, unsere Hotels, die Villa Schweizerhof, wieder zur Verfügung stellen. Es sind einfach gesagt 140 Gastgeber, die auf Sie warten, die das einfach brauchen, die jetzt viel Geduld haben müssen zeigen und sich riesig darauf freuen, wieder für Euch da zu sein. Wir freuen uns auf Euch. Der Schweizerhof ist am 11. Mai wieder komplett offen, inklusive Villa. Wir freuen uns. Ein berühmter Schweizer hat einmal gesagt, Freude herrscht. Und diese Freude herrscht auch bei uns, am 11. Mai wieder offen aufzutun. Wir freuen uns, Sie bei uns dürfen zu begrüssen, in unserer Bar, auf unserer Terrasse, in unserem Restaurant, aber auch, wenn Sie mal aus Ihren vier Wänden flüchten, in unseren Zimmern. Es gibt doch nichts Schöneres, als etwas vom Ersten nach dem Lockdown können in ein Hotel übernachten. Wir haben das passende Angebot für Sie und freuen uns einfach, Sie wieder bei uns zu sehen. Wir freuen uns, danke vielmals und bleiben Sie gesund.